Hallo an alle, ich bin wieder unterwegs, genauer gesagt angekommen am Weinberghotel Edelacker. Wir Sterne, mal schauen, was wir alles so finden werden. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Hallo, kann ich helfen? Ich habe gerade eben gesehen, dass die ganzen Weine hier aus der Region kommen. Stimmt das wirklich? Ja, ja. Also ihr baut hier selber Wein an? Seit tausend Jahren. Wirklich? Ja. Was glaubst du denn, warum wir Weinberghotel haben? Das ist ja richtig schick hier. Ich sehe. Das ist dann die richtig gute Kombination. Die Region, der Wein, das ist gut. So Leute, ich habe mich jetzt hier hingesetzt und wir haben jetzt hier mit der... Was dann sagen wir Ihnen? Ich hätte gerne einmal die Currywurst. Die vegane Currywurst, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, genau, die Currywurst, ja. Sehr schöner, leichter, wuchtiger Sommerwein. Herzlichen Schmink. Ja, wirklich. Es war so gut. Vielen Dank. Also Grüße in die Küche, bitte. Möchten Sie die gerne selber umstellen? Kann ich. Selbstverständlich. Komm. So Leute, ich habe nicht allzu viel Zeit, denn ich bekomme jetzt einen kleinen Einblick in die Küche. Aber bis dato muss ich sagen, es ist alles so cool hier. Entschuldigung, ich wollte gar nicht stören. Ich wollte nur sagen, das Essen hat richtig gut gespeckt. Cool ist das. Jetzt wollen wir uns anfangen. So Leute, ein weiterer Tag in Saale Unsritt ist vorbei und wow, ich habe es schon wieder so genossen. Dann habe ich richtig geil Currywurst gegessen und jetzt kann ich es ja sagen, Leute. Ja, die Currywurst war vegan, aber die war richtig lecker. Danke nochmal an euch alle, Leute, dass ihr mich hierher geschickt habt. Ich genieße jetzt noch die letzten Stunden hier, vielleicht mit einem Gläschen Wein oder zwei und lasst es mir nochmal richtig gut gehen und wir sehen uns ganz bald, Leute. Ciao. Stopp. Was ist das da drin? Äh, Weintrauben. So, da hätten wir noch den Weißbohrunder von der Witzhofverein aus Freiburg. Sehr zum Wohl. Was ist da drin? Äh, weiße Trauben. Seiteneißen. Saftig. Aber auch mit, lass mich raten, Trauben. Ronja, auf dich. Das ist der beste Ronja. Das ist der beste Ronja.